Erledigt. Klar. Für der Sicht. Hm. Die stehen da bloß blöd rum. Wenn ich jetzt das Licht hier ausschieße, ich hatte hier einen Speicherpunkt. Scheiße! Da drüben! Ich glaube, ich sehe ihn! Angriffsposition, wir gehen rein. Okay, es geht los! Nachrücken! Bewegung los! Habe das Ziel nicht in Sicht! Wir durch den Abschnitt! Findet und erledigt den Penner! Verdammt! Kein Sichtkontakt zur Zielperson. Seht ihr was? Äh, scheiße! Keine Spur von Gegner. Halte die Augen auf! Wir haben Verluste! Fischer ist hier! Wir müssen unser Paket zünden! Findet den Kerl! Wow! Kontakt! Es ist Fischer! Da ist jemand! Möglicher Feindkontakt! Oh Gott! Oh Gott! Hm. Okay. Okay. Gefällt mir nicht. Gib ihm Zeit. Wir sind vermutlich nur gründlich. Oder längst tot. Hast du Schüsse gehört? Da hinten ist was zum Explodieren. Mist. Gegner ist in der Nähe. Hier scheint sich jemand umzutreiben. Sucht und findet ihn. Wir müssen den Penner erledigen. Zur Zeit keine Ziele. Oh Scheiße! Dreckskerl! Viele sind auf der Suchidiot! Kein Fischer, keine Reine. Das kannst du vergessen! Wir sollen die blöde EMP-Geschichte endlich hinter sich bringen. Verdammt! Scheiße! Hast dich mit dem Falschen angelegt, Scheißkerl! Wir gehen rein! Oh, durch hier! Ah! Okay, ich versuch's nochmal offscreen und... versuch die mal loszuwerden. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich.